Später! Ja, ja. Dann fände ich die Ruinen, die sie durchführen. Dann fände ich die Kälte, die sie weghaben sollen. Oh, Mann! Ich glaube, eigentlich würde ich die Polizei jetzt treten. So bin ich damit. Oh, die haben dich in die Mitte gestellt. Ja, die haben dich in die Mitte gestellt. Ja. 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 Nein, ich kann aber für die frühe Zeit von vor 40 Jahren so halten, dass es damals noch verboten war. Da habe ich nämlich gerade extra, habe ich in den Aktien extra einen rechtlichen Fakten der Universität gefunden, das jetzt der Rechtsstaat der Universität, dass es nicht erlaubt ist, dass es nicht gesetzt wird, dass es eben nicht gesetzt wird, dass es eben nicht gesetzt wird. Die Universität, aber das brauchen wir uns nicht gesetzt, dass man das nicht bestellt, 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 dass man das nicht bestellt. Was wurde jetzt geändert hat? Ja. Richtig. Also da ist so ein jegliche Stätzigmal, dass es eine Gesetzesendung gab. Jetzt kommt Robo-Kopf. Jetzt kesseln sie wirklich, oder was? Oh, ihr Schweicheier. Ich hab doch einen Knall. Verdammt. Jetzt zeigen sie nur den Weg. Ich hab' ich gar nicht gesehen. Wie lange hier? They came out of nowhere. Wir machen ja auch die Wall of Death. Das sieht so aus, ne? Ja. Ich bin da, ich bin da.